Die Gottesfurcht Allah gegenüber. Alles Lob gebührt Allah in der Welt, in dem in seiner Würdigen Schrift sagt, und haltet insgesamt an Allahs Seil fest und zerfällt nicht, und denkt der Gnade Allahs gegen euch, da ihr Feinde wart, und ihr eure Herzen zusammenschloss, dass ihr durch seine Gnade Brüder wurdet. Und da ihr am Rande einer Feuergrube wart, und ihr euch ihr Interesse, so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr euch nicht leiten lassen mögt. Ich bezeuge, dass es keine Guteil da, außer Allah und Teilhaber gibt. Ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein anbetenden Diener und Sandter ist. Und nun zum Thema. Die beste Wegzehrung, womit sich die Menschen in diesem weltlichen Leben für ihr Treffen am Tag der Aufrichtung ausstatten können, ist Taqwa, also die mütige Ehrfrucht gegenüber Allah. Gegenüber Allah, dem Majestätischen und Erhabenen, wie er sagt, und versorgt euch mit Reisvorrat, doch der beste Vorrat ist die Taqwa. Diesen Bouviant benötigt der am Beten Dienende unbedingt, um seinem Herrn ruhigen Herzen zu begegnen. Wenn ihr ihn nicht besetzt, wird er es an einem Tag bereuen, an dem die Reue nichts mehr nutzt. Er ist der beste Schmuck und die beste Kleidung eines am Beten Dienenden, der Erhabene sagt, O Kinder Adams, wir haben auf euch Kleidung hinabgesandt, die eure Blüße verperkt und Gefieder. Aber die Kleidung der Taqwa, die ist besser. Das ist eines von Allahs Zeichen, auf das sie bedenken mögen. Ein Beweis für die Bedeutung der Taqwa und der Fürsorge Allahs, des Erhabenen, für seine an Beten Dienenden diesbezüglich ist die Tatsache, dass er sie, den Ersten und Letzten, aufgetragen hat und dies in seinem, ihr würdigen Offenbarungsbuch verdeutlicht, indem er sagt, Ein Beweis für die Bedeutung der Taqwa in der Religion ist die Tatsache, dass die Propheten Allahs von Noah, Friede sei mit ihm bis Mohammed, möge Allah ihn in Ehrenhalt und ihm Wohlergehen schenken, sie ihren Völkern auftrugen und ihre Umsetzung von ihnen forderten. Als ihr Bruder Noah zu ihnen sagte, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Der Erhabene sagt, als ihr Bruder Hud zu ihnen sagte, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Als ihr Bruder Saleh zu ihnen sagte, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Als ihr Bruder Lot zu ihnen sagte, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Als Schuaib zu ihnen sagte, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Unser Prophet, möge Allah ihn in Ehrenhalt und ihm Wohlergehen schenken, trug sie seiner Oma in vielen Hadithen auf, wir begnügen uns hier mit seinem Ratschlag an Muaz ibn Jabal, möge Allah mit ihm zufrieden sein, indem er sagte, fürchte Allah, wo immer du bist. Ebenso verheißt der Koran ihnen die Erleichterung ihrer Angelegenheiten. Und wer Allah fürchtet, dem schafft er in seiner Angelegenheit Erleichterung. Wenn die Anbeten denen den Taqwa gegenüber Allah wirklich erlangen würden, würde er ihnen den Segen und die Tore zum Guten öffnen. Der Erhabene sagt, hätten aber die Bewohner der Städte geglaubt, und wären sie gottesfürchtig gewesen, hätten wir ihnen bestimmt Segnungen von dem Himmel und der Erde aufgetan, aber sie erklärten die Botschaft für Lüge. Und so ergriffen wir sie für das, was sie erworben hatten. Der Anbeten dienende, verrichtet viele Werke, in der Hoffnung auf die Zufriedenheit Allahs und den Gewinn seiner Liebe. Allah hat den Taqwa-Besitzenden diesen gewaltigen Vorzug versprochen, dass sie seine Liebe und Nähe gewinnen werden. Der Erhabene sagt, aber nein, wer seinen Bund hält und Taqwa besitzt, gewiss, Allah liebt die Taqwa-Besitzenden. Wahrlich, Allah liebt die Taqwa-Besitzenden. Er sagt auch, und wisst, dass Allah die Taqwa-Besitzenden liebt. Dies ist ein kleiner Teil der frohen Kunde für die Taqwa-Besitzenden in diesseits. Im Jenseits erhalten sie Belohnung und Ehre. Allah verheißt ihnen die Rettung von seiner Strafe, indem er sagt, herauf retten wir diejenigen, die gutesfürchtig waren, und lassen die Ungerichten in ihr auf den Knien zurück. Aber Allah rettet diejenigen, die gutesfürchtig waren, indem er sie in Tränen lässt. Böses wird ihnen nicht widerfahren, noch werden sie traurig sein. Allah ehrt sie, indem er sie am Tag der Aufrichtung ehrt und Sicherheit versammelt. Der Erhabene sagt an einem Tag, da wir die Gutesfürchtigen als eine geehrte Abordnung zum Allbarma versammeln. Daraufhin werden sie am Tag der Auferstehung die Gnaden der Paradiesgärten erleben. In ihnen fänden sie gute Belohnung für ihre Taqwa gegenüber ihrem Herrn. In diesem weltlichen Leben für diejenigen, die Gutes tun. Gibt es hier in dieser Seite Gutes, aber die Wohnstätte des Jenseits ist wahrlich besser. Wie trefflich ist für wahr die Wohnstätte der Gutesfürchtigen, die Gärten Edens, in denen sie eingehen, durcheilt von Bächen und in denen sie alles haben, was sie wollen, so vergilt es Allah den Gutesfürchtigen. Allah der Erhabene sagt, die Gutesfürchtigen aber werden in Gärten und an Wellen sein. Gewiss, die Gutesfürchtigen befinden sich an sicheren Städten, in Gärten und an Wellen. Sie tragen Gewänder aus seiden Brokat und schwerem Brokat und sie liegen einander gegenüber. So ist es, und wir geben ihnen als Gatten Hurs mit schönen, großen Augen. Sie rufen darin nach Früchten aller Art und sind dort in Sicherheit. Sie kosten darin nicht den Tod, außer dem ersten Tod. Und er gewahrt sie vor der Strafe des Höllenbrands als Holt von deinem Herrn. Das ist der großartigste Erfolg. Es dauert so lange, alle im Koran erwähnten Vorzüge der Taqwa oft zählen. Wir wollten hier nur auf einen Teil ihrer Vorzüge aufmerksam machen. Wir bitten Allah darum, unsere Herzen mit Taqwa ihm gegenüber zu erfüllen und uns die Belohnung der Gutesfürchtigen zu gewähren. Ich bezeuge, dass es keine Guteil da außer Allah ohne Teilhaber gibt und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein am Beten diener und gesandter ist. Geschwister im Islam Hast du einen Mensch schon einmal so sehr verletzt, dass es scheint, er würde dir niemals vergeben? Hast du schon einmal erlebt, dass ein Mensch etwas getan hat, was dich mit Narben übersät und unfähig gemacht hat, ihm zu vergeben? Wäre es nicht großartig, wenn es eine einfache, klare Methode gäbe, um die vollkommene und völlige Vergebung eines Menschen zu erlangen? Tatsache ist, dass dies mit Menschen so nicht funktioniert, da alle Menschen verschieden sind und es viele gibt, die anderen bestimmten Dinge, die sie getan haben, einfach nicht vergeben können. Dies ist eine unserer zahlreichen Mangelhaftigkeiten. Die frohe Botschaft besteht darin, dass die einzige wirklich relevante Vergebung, die starke Folgen für uns hat, die Vergebung Allahs ist, der sich selbst als Attawab, der stets die Reue Annehmende beschreibt. Unser barmhütziger, liebender und vergebender Schupfer hat uns die einfachen Schritte skizziert, wie wir seine völlige Vergebung erlangen und zu denen gehören können, die sein Wohlgefallen erlangen haben. Unsere Unwissenheit und Arroganz könnten uns allerdings davon abhalten, diese Schritte zu vollziehen. Dies bringt uns zu den nächsten Eigenschaften der dem Barmhützigen am Beten dienenden. Ruhige Rückkehr zu Allah. Verhaltensveredelung und beständige Rechtschaffenheit. Nachdem Allah beschreibt, wie das Begehen von großen Sünden und das Nichtwahren von Hauptzielen des Glaubens jemanden die Gefahr aussetzen, im Jenseits bestraft zu werden, weckt er unsere Hoffnung auf ihn und unser Rückkehr zu ihm, indem er sagt, außer demjenigen, der bereut, glaubt und rechtschaffene Wege tut, jeden wird Allah ihre bösen Taten gegen Gute eintauschen. Und Allah ist stets allvergebend und barmherzig. Und wer bereut und rechtschaffen handelt, der wendet sich in wahrhaftiger Reue Allah zu. Unsere Gelehrten sagen, dass große Sünden Reue erforderlich machen. Wie im letzten erwähnt, waren diese Verse, die diesen vorausgehen, jene, die größer Sünden wie politisch anbeten, Mord und Unzucht begehen vor einer schweren Bestrafung im Jenseits. Die oben erwähnten Koranferse liefern die Mittel, um für große Sünden zu söhnen. Der Unterschied zwischen dem Bitten und Vergebung für eine Sünde und der Reue besteht darin, dass das Bitten und Vergebung für alle Sünden erforderlich ist, wohingegen Reue eine besondere Form für große Sünden ist. Unsere Gelehrten lehren uns, dass es hier Schritte zu wahrer Reue gibt, durch die Bedeutung des Verses erfüllt wird. Diese Sünde umgehend unterlassen oder als Ergebnis des Schuldgefühls Allah nicht gehorcht zu haben. Die religiöse Befläche vollziehen, die man unterlassen hat. Sich Allah zu wenden und um seine Vergebung für diese Sünde bitten. Aufrichtige beabsichtigen, nie wieder zu derartig sündhaftem Verhalten zurückzukehren, indem man seine Lebensweise ändert. Wenn die begangene Sünde auf die Richter anderer übergreift, man muss die Situation mit diesen Menschen bereinigt werden. Wenn diese Schritte so vollzogen werden, dann wird sich, wie der oben genannte Vers andeutet, das Leben dieses Menschen verbessern und die Sünden, die er begangen hat, werden durch gute Taten ersetzt. Dies alles ist das Ergebnis des Segens, der Vergebung Allahs. Noch eindrucksvoller ist, dass wir durch den folgenden authentischen Hadith unterstützt werden, der zeigt, dass zusätzlich zu diesem weltlichen Wandel am Tag des Gerichts alle Sünden, die wir bereuen, auf unserem Konto bei Allah als gute Taten festgeschrieben werden. Wurde überliefert, ein Mensch ist im Begriff, am Tag des Gerichts für seine großen Sünden verurteilt zu werden, doch sie sind verschwunden und wenn er sich daran erinnert, was er getan hat, wird zu ihm gesagt, gewiss, wirst du für jede schlechte Tat eine gute Tat verzeichnet bekommen. Diese Verse sind eine Botschaft für muslimische Konvertierten sowie für Böse, die ihre gesamte Lebensweise zum Wohlgefallen Allahs verändert haben. All ihre begangenen Sünden könnten zu einem Berg an Reichtümern bei Allah, dem Allerhöchsten im Himmel werden. Leider hören viele diese und ändern ihre Geflogenheiten nicht, weil sie sich sagen, eines Tages würdig den Islam ganz annehmen und diese großartigen Gnaden erlangen. Dies ist kein Bekunden wahren Glaubens. Derartige falsche Behauptungen werden die Fürchte des himmlischen Segens nicht hervorbringen. Es kann sein, dass diese Person, wenn sie eines Tages bereut und den Glauben annimmt, Allah sie für ihre Falsche auf Richtigkeit und für alles, was sie in der Zeit tat, als sie die Wahrheit bereits kannte, ihre Gelüste sie jedoch von dieser abhielt, zur Rechtschaffen zieht. Und Allah weiß es am besten.